Hallo zusammen, hier ist wieder der Eutschela und heute wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch. Und da würde ich mal sagen, schauen wir rein, was wir die Woche wieder in Gold gemacht haben. Wer das noch nicht kennt, wir werden einmal meine Briefkästen durchchecken bei den verschiedenen Chars, was ich da so eingenommen habe. Beziehungsweise als allererstes schauen wir mal rein, wo wir da die letzten Tage und Wochen waren. Wir hatten letzte Woche 1,5 Millionen Gold eingenommen. Auf meinem Main-Account waren wir jetzt beim Stand 16,8 Millionen. Second-Account, da sind meistens die Berufe bei ein bisschen über 4 Millionen und insgesamt auf fast 21 Millionen. Ich bin ja so ein bisschen dabei, mir quasi Gold zusammenzukratzen für die Kartenspiel-Mounts und die sind sehr, sehr teuer. Da sind wir im hohen zweistelligen Millionenbetrag, den wir da teilweise für so einen Mount abdrücken müssen. Also von dem her, ja, müssen wir mal gucken, dass wir da auf ein bisschen Gold kommen. So, jetzt schauen wir erstmal rein, was ich über Boost-Geschichten gemacht habe die Woche. Ich bin ja verschiedene Sachen am Boosten, sowohl Freehold-Level-Boost als auch verschiedene Mounts, bei denen ich Leuten helfe. Oder auch, was mache ich denn noch, Achievements und viele andere Geschichten. Und dementsprechend, ja, bin ich ab und an mal wieder was am Verkaufen. Und da habe ich jetzt, gucken wir mal rein, hier 17,7 Millionen. Also quasi die Woche, naja, nicht ganz eine Million, aber so 800 und ein paar K haben wir auf jeden Fall gemacht. Ist jetzt nicht schlecht, gab es schon wesentlich bessere Wochen, aber ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. Dann schauen wir mal, was wir im Postkasten haben mit dem Main-Char hier. Und zwar, wir haben 160 Post-Sendungen, wahrscheinlich alles Gold. Und hier im ersten Ding haben wir 48.000. Und ihr seht, ich habe jetzt ziemlich viel Shit angefangen auch zu verkaufen. Irgendwie ist, ich habe so eine Gruppe gehabt, wo, ja, meine Raid-Utensilien quasi verstaut werden. Aber irgendwie ist da jetzt was durcheinander gekommen und es haut jetzt quasi alles raus. Und da muss ich jetzt mal gucken. Aber das nehmen wir alles mal raus. Da ist hier so ein bisschen Gelee dabei, ein bisschen Buff-Hood. Und die Sachen, die ich eigentlich verkaufe, also Leder- und Ketten-Items. Und mal gucken, was wir da noch so alles rausziehen können. Verschluckt habe ich mich nebenbei auch noch, wie ihr gerade gehört habt. So, jetzt haben wir natürlich nochmal zwei Mail-Ladungen. Und was haben wir denn jetzt schon? Ja, knappe 50k waren das jetzt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Im Moment bin ich ja nicht mehr aktiv am Raiden. Content ist ja soweit clear. Dementsprechend, die restlichen Raid-Sachen, die ich rumliegen habe, haue ich quasi jetzt auch raus. Und kaufe mir dann quasi das Zeug neu, wenn der neue Content rauskommt. Sonst liegt das hier die ganze Zeit nur im Moment herum. Und ihr seht, ich habe jetzt wirklich allen möglichen Crab auch mit dem verkauft. Sind es Heiltränke, irgendwie Nylonfäden. Tatsächlich kaufen die Leute die Fäden bei mir. Obwohl man die auch beim Händler kaufen kann. Hier so ein paar Tränke, die ich im Raid meistens benutze. Und natürlich wieder einen Haufen von dem Leder- und von dem Ketten- bzw. Platten-Gear, was ich ja mir selber herstelle. So, was haben wir jetzt schon zusammen? Na ja, 77k. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Eineinhalb Postladungen haben wir noch, die wir aufmachen können. Und ihr seht, ich habe noch mal ein paar von den Ehrenabzeichen gefarmt. Wenn ihr euch jetzt fragt, für was sind die relevant? Wenn ihr über Berufe Rezepte kaufen wollt, könnt ihr diese PvP-Rezepte quasi über diese Ehrenabzeichen kaufen. Und na ja, da mit 8.3 wieder einiges Neues kommt an Rezepten, brauchen wir ziemlich viele Ehrenabzeichen, wenn wir denn viele Chars mit berufen haben und mit denen dann auch wieder Gold machen wollen. Und dementsprechend habe ich da schon ein bisschen was geprestockt. Und habe bei den verschiedenen Events da schon mal mir einige geholt mit den Twinks. Jetzt gucken wir hier bloß rein. Oh ja, auch hier wieder so das Übliche. Teilweise sind jetzt hier auch ein paar Stoffe dabei gewesen. Im Normalfall schicke ich diesen ganzen Mist zu Twink-Chars und verkaufe das da. Aber jetzt habe ich das mit dem hier teilweise auch schon weggehauen. Bleibt sich gleich, wer das Gold macht, ob der Twink oder der das macht. Und ja, jetzt kommen wir hier über 100k. Ich glaube, mit dem knacken wir jetzt knapp eine Million. Ein paar haben wir jetzt noch drin. In 10 Mails in 33 Sekunden kriegen wir die. Ja, mal gucken. 122k. Ich würde sagen, bis das hier fertig durchläuft, schauen wir schon mal bei dem ersten Twink hier rein. Und zwar ist das mein Inschriften-Char auf Antonidas. Und mit dem habe ich gestern schon mal einiges wieder geprestockt. Ich habe hier, wie ihr seht, auch einiges schon mal an der Expulsion vorbereitet und mir auch wieder gut was an Tinten geholt. Beziehungsweise auch dann Glüfen hergestellt gestern. Das hat mich etwa so 50k gekostet, weil ich investiert habe. Aber jetzt habe ich wieder viel im Auktionshaus. Und diese Investition haben wir schon easy wieder reingeholt. Ihr seht, da haben wir 86k im Briefkasten. Man muss sagen, im Moment ist die Gewinnspanne nicht so hoch. Ihr seht, die Compendium-Dinger verkaufe ich teilweise für 1,2, 1,4 nur. Und das ist sehr wenig. Das ist eigentlich kaum in der Gewinnzone. Man muss mal gucken, ob ich vielleicht den Market-Reset auf Antonidas durchführe und da mal die ganzen Sachen rausnehme. Weil so machen wir halt relativ wenig Gold, beziehungsweise sind wir sogar fast im Minusbereich. Da ist halt immer auch die Frage, wie teuer sind die Kräuter und wie teuer sind dann dementsprechend die Trinkets, die man verkauft oder andere Items natürlich auch. Und hier muss ich mal schauen, ob es sich lohnen würde, einen Market-Reset zu machen. Ja gut, jetzt haben wir bei dem Char schon 938.000. Bald haben wir die Millionen. Und wenn wir uns überlegen, am Anfang von dem Gold-Projekt habe ich quasi mit 50k bei dem Char angefangen. Daraus hat er jetzt schon einiges in Gold gemacht. Und dann kann ich gleich mal hier auf den nächsten weiterloggen. Und dabei schauen wir jetzt noch auf Main die restlichen Gold-Werte an. Naja gut, 7k sind hier nochmal drin. Ist jetzt nichts Berauschendes, aber okay. Jetzt sind wir bei 9,2 hier. Ich schicke ja immer das Gold quasi auf meine Gold-Char rüber, um das ein bisschen zwischenzulagern. Ihr seht, der eine hat jetzt 8,5, der hat jetzt 9,2. Ja, in wahrscheinlich 1,2 Wochen kann ich mir eine neue Gold-Char aufmachen, weil der am Cap sein wird. Hoffe ich zumindest. Und overall, hier auf Antoninos, auf dem ersten Account, sind wir jetzt bei 17,8k. Also 17,8 Millionen. Das ist doch schon mal nicht sonderlich verkehrt. So, dann schauen wir jetzt mal rüber, was mein Ingi-Char hat. Da habe ich ja nicht sonderlich viel im Aha gehabt. Und ihr seht, da haben wir lediglich 10k. Diese Ringe und die Schusswaffen sind leider nicht sonderlich viel wert. Aber da habe ich auch nicht sonderlich viel investiert, muss man natürlich auch dazu sagen. Die sind gerade relativ low im Preis und da habe ich nur relativ wenig auch im Auktionshaus. Da können wir jetzt theoretisch auch einmal reingucken. Und zwar, das ist alles, was ich drin habe. Zwei Ringe, die muss ich vielleicht mal wieder restocken. Und ein paar von den Flinten, aber auch die sind vom Preis nicht so hoch. Und ihr seht die Ringe, die sind nur bei 800 Gold. Und da ist natürlich auch die Gewinnspanne nicht sonderlich hoch. Deswegen gucke ich. Ich muss nicht immer alles im Auktionshaus haben. Wenn die Gewinnspanne das nicht hergeben, dann tue ich auch mal eins pro Woche diese Items nicht einstellen, bevor man da halt dann Verlust macht oder einen Haufen Zeit aufwendet für nicht viel Profit. Das lohnt sich natürlich dann auch nicht. Im Moment sind gerade so ein bisschen lowe Zeiten. Und ich hoffe, dass das wieder ein bisschen bergauf geht, wenn dann 8.3 rauskommt. So, ich würde sagen, wir tragen schon mal den ersten Goldbetrag ein. Und zwar vom Main-Account. Und zwar haben wir da 17.831.000. Und da haben wir fast eine Million plus gemacht auf dem Main-Account. Das kann sich schon mal sehen lassen. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit den restlichen Berufen nur rausziehen. Ich bin ja nicht nur auf Antonidas unterwegs, sondern ich bin ja auch auf Blackmore und anderen Servern unterwegs. Und übrigens, weil ihr das Video nicht gesehen habt mit meinen CCG-Mounts, das hier ist eins der, oder so mein neuestes Kartenspiel-Mount, der Verderbte begreift. Deswegen dachte ich mir, komm, starten wir mit dem mal das Video. Und mal gucken, die anderen Kartenspiel-Mounts, die kriege ich sicher auch noch, wenn wir noch ein bisschen Gold hier reinholen. So, dann haben wir jetzt hier quasi meinen Schneider-Char auf Antonidas. Was hat der so rausgeholt? Tatsächlich relativ viel. Muss ich aber auch dazu sagen, liegt auch viel tatsächlich an neuen Schneider-Sachen. Und zwar, ich verkaufe auch sehr viele, seht ihr das hier, VZ-Muts. Jetzt, hier sind trübe Kristalle, das sind die Epic-Splitter. Oder hier haben wir die blauen Splitter. Dann noch mehr Epic-Splitter, ein bisschen Staub. Warum hat der so viel von dem Zeug? Weil der auch diese Handgelenke herstellt. Und die grünen scrap ich quasi für das Expulsum. Hier, also der Char hat alleine im 364 Expulsum. Da kommen natürlich viele blaue Sachen raus. Und da mache ich dann auch nebenbei Gewinn quasi. Und verkaufe natürlich auch hier Umhänge für teilweise 9K, was nicht schlecht ist, und andere Stoff-Items. Aber auch die Splitter sind einiges an Gold wert. Das ist zwar tatsächlich ein relativ großer Zeitaufwand, die immer alle klein zu machen, diese ganzen Sachen. Aber ihr seht, es lohnt sich. Also man kriegt da teilweise relativ gut Gold auch aus den VZ-Muts raus. Ich könnte natürlich jetzt auch Ding machen, Rollen. Da sieht es aber auf Antonidas relativ schlecht aus. Vor allem, weil ich hier auch keine Dreier-Rezepte habe. Und dann, wenn man teilweise im Minus-Bereich ist, oh wa, hier wären wir sogar gerade im Plus-Bereich. Och ja, du, ne? Tun wir doch hier mal, was ist denn das hier, das tun wir mal weg. Also es ist selten, dass ich im Plus-Bereich bin tatsächlich. Legt einfach da rein, ich habe keine Dreier-Rezepte, weil ich mit dem Char natürlich keinen Ruf habe. Aber wenn ich das jetzt hier gerade sehe, ich bin im Plus, dann stellen wir das doch mal her, hauen es unser H rein. Why not? Aber ihr seht, der ganze andere Rest ist tatsächlich im Minus-Bereich. Vielleicht das Einzige, was nur einigermaßen im Plus-Bereich ist, sind die Zauberstäbe. Davon habe ich aber gerade schon elf Stücke mal hart. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal neue herstellen. Also das, denke ich mal, passt soweit. So, jetzt basteln wir hier noch aus den restlichen Mats, die wir haben, ein paar Rezepte. Hauen die noch rein. Vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen Gold machen. Das kann man ab und an mal checken. Oft ist es auch so, dass Items, die vielleicht, wo ihr den Berufsletzten mal gecheckt habt, im Minus-Bereich sind, jetzt im Plus-Bereich sind, der Markt ändert sich natürlich auch ständig. Und da muss man immer so ein bisschen Auge dafür haben, wo man vielleicht Gold machen kann und wo man eher vielleicht die Finger vorn lassen sollte. Gut, was haben wir jetzt hier bloß gemacht? Schauen wir einmal rein. Das wird das auch. 137.000. Ja, ist doch nicht schlecht. Wie gesagt, ich hatte schon mit den Berufen wesentlich bessere Wochen. Ich glaube, ich hatte schon mal eine Woche, da habe ich alleine mit Inschriftenkunde auf Antonidas 300.000 Gold gemacht. Die Zeiten sind leider im Moment vorbei. Also eigentlich habe ich Inschriftenkunde immer als Maximum gerankt, tatsächlich. Zumindest auf Antonidas muss ich im Moment sagen, da sind einfach zu viele Leute im Markt und es drückt den Preis runter. Im Moment ist man fast nicht mehr im Plus-Bereich. Also das merkt man natürlich schon. Da bin ich vielleicht selber auch nicht ganz unschuldig, weil ich natürlich vielen Leuten dazu geraten habe, auf Berufe zu gehen. Aber so schafft man sich halt auch selbst Konkurrenz. Aber gut, vielleicht kann ja der eine oder andere trotzdem auf seinem Server damit noch relativ gut Gold machen. Und ich bin zuversichtlich, dass die Preise auch quasi wieder hochgehen werden. Da muss man einfach ein bisschen abwarten, ein bisschen gucken, wie die Entwicklung aussieht. Und mein Gold mache ich dann dennoch. So, jetzt haben wir hier noch meinen Anführungszeichen Crapture, wo ich alles Mögliche im Auktionshaus habe an Transmog und Zeug. Ich kann euch das mal zeigen. Hier, was haben wir gerade drin im Auktionshaus? 436 Items. Das geht über Pets, über Transmog und allem möglichen anderen Zeug. Und ja, Transmog verkauft sich schlecht. Aber das Zeug fahre mich nicht aktiv, sondern das ist das Zeug, was ich halt eh rumliegen habe. Und so immer mal wieder kriegen wir ein paar Sachen weg. Und was haben wir jetzt hier über die Woche wegbekommen? Ihr seht 67.000 Gold. Hier ist mal ein Pad dabei für 15k. Das ist anscheinend irgendein Transmog für 3k. Ein Gullsklave ist auch ein Pad. Was, das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich auch ein Transmog, 24k. Irgendwelche Beinschützer, das wird auch ein Transmog. Und dann gibt es hier noch ein paar Stachelschweinchen, andere Pets, die ich verkauft habe. Also so kommen wir schon auf den Wert. Ich haue da halt mehrere hundert Items immer wieder rein und ein paar verkaufen sich dann immer mal wieder. Und durch Sachen, die ich auch so mache, ich fahre mir selber irgendwelche Rezepte ins Sunwell, kriege noch ein paar Rezepte, die ich nicht brauche. Die haue ich dann auch wieder ins Auktionshaus rein. Und ja, alles, was halbwegs einen Wert hat, einfach immer wieder ins Auktionshaus hauen. Irgendwann kriegt er es verkauft und macht damit ein bisschen Gewinn. Ja, so handhabe ich das. Und mittlerweile hat der Char hier auch schon 87k. Laut dem mit diesen Crap-Items, die ich eigentlich nur loswerden will. Das ist doch ganz nett. So, dann würde ich sagen, switchen wir mal auf meine anderen Chars. Und zwar würde ich jetzt auf Blackmoor noch gehen. Genau, machen wir Blackmoor als nächstes. Lothar, habe ich ja sonst auch immer gezeigt, kannst im Moment leider ziemlich vergessen. Liegt einfach so ein bisschen daran, ich habe mich ein bisschen vielleicht verspekuliert. Ich habe da ja ein bisschen so das mit dem Gelee versucht, dass ich hergehe und sage hier, ich kaufe alle Gelee auf und hause teurer rein. Das hat eine Weile funktioniert, muss ich sagen. Ich habe teilweise Gelee für 50, 60, 70, 80 Gold gekauft und 5 für 500 verkauft. Und wirklich stackweise, da habe ich einen richtig guten Gewinn gemacht. Ich habe darauf, dann habe ich immer noch mehr gekauft und so. Und selbst mit dem, was ich mehr gekauft habe, ich habe vorher so eine hohe Gewinnspanne gehabt, dass es das schon deckelt. Aber jetzt habe ich halt, weiß nicht, ich habe 10 Stacks a 2500, also oder mehr sogar als 10 Stacks. Ich habe irgendwas zwischen 2500 und 3000 Gelee noch rumliegen. Und für 500 kriege ich es nicht verkauft. Da ist jetzt mittlerweile genug Konkurrenz da und da wird es schwierig. Achso, hier mit dem Char leere ich den Postkasten immer so schon aus. Deswegen ist da jetzt nicht viel drin, tatsächlich. Wir können es jetzt trotzdem mal rausnehmen, das Gold zumindest. Und zwar ist das mein Crabt Char auf Blackmore, beziehungsweise mit dem, disse ich auch die Sachen. Habt ihr gerade gesehen, da sind ein Haufen Handgelenke drin. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Die anderen beiden brauchen wir. Theoretisch hat der auch noch VZ, aber ja, das ist auch schwierig auf Blackmore tatsächlich. Da ist der Markt recht umstritten. Ich habe ein paar Zauberstäbe verkauft mit dem. Das geht tatsächlich relativ gut. Und da ich mit dem die Dreier-Ränge habe, kann ich auch ab und an VZ-Rollen verkaufen. Die Geschichte ist, selbst mit den Dreier-Rängen ist es teilweise so, dass du kaum eine Gewinnspanne hast oder sogar ein Minus bist, wenn du was herrschst. Deswegen mache ich das auch nicht wirklich so aktiv, sondern nur wenn ich so sehe, okay, hier ist gerade was, wo wir ein bisschen im Plus sind, dann stelle ich ein paar Sachen her. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, aber da ist einfach die Konkurrenzlage zu groß. Wo es aber ganz gut ist, ist jetzt hier bei dem Char, der ist nämlich Schneider und Inschriftenkundler. Und hier haben wir tatsächlich ein bisschen Gold gemacht. Wir sehen 95.000 mit Compendium-Dingern oder Schneider-Items. Aber auch hier seht ihr, wie günstig ich teilweise die Compendiums verkaufe. Das ist nahezu am Null bzw. sogar am Verlust, wenn man sie unter 1.4 hier auf dem Server verkauft. Heißt, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier ein Marktreeset machen soll und quasi einmal hergehe, alle Compendien in den Aufkauf und versuche den Marktpreis halt auf 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 hochzusetzen. Da müsste man halt so ein bisschen schauen, okay, wie viel Kapital habe ich, wie hoch ist das Risiko. Ich predige normalerweise immer, man soll am besten keine Resets versuchen auf großen Servern. Das ist ein großer Server. Kein Reset bei Items, die man unendlich nachfarmen kann. Da man unendlich Kräuter nachfarmen kann und Stoffe, kann man sowohl das Expulsum über die Stoffe als auch die Kräuter quasi unendlich herstellen. Und deswegen ist das eigentlich ein Item, wo man keinen Reset machen sollte. Dennoch glaube ich, dass es sich bei der Geschichte rentieren könnte. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Hochborn Compendium, ob man da vielleicht doch was machen können. Man müsste halt so ein bisschen schauen, ob man die Mittel zur Verfügung hat. Ihr seht, das sind die verschiedenen Compendien, die sind alle unter 2K tatsächlich. Jetzt müsste man halt mal gucken, wie viele im Auktionshaus sind. Also hier sind 56, 27, 47, 94. Das ist tatsächlich relativ viel. Ich schätze jetzt mal, dass die Preise hier hochgehen werden. Okay, also die meisten sind im niedrigen Preissegment. Wir rechnen das jetzt einfach mal durch. Wir haben 56, also ich kann euch das mal, ziehen wir das mal hier rüber. Also wir haben 56 plus 27 plus 47 plus 49 sind 224. Ich denke mal so der Schnitt sind 2000 in etwa. Dann bräuchten wir knappe 500K, um alles aufkaufen zu können, um ein Mark Reset durchführen zu können. Die hätte ich hier auf dem, die hätte ich hier auf dem Account, und auf Blackmoor hätte ich die, aber dann wäre ich ziemlich pleite an sich. Ich glaube, ich verschiebe das mal auf nächste Woche. Ich tue mal die Preise noch ein bisschen weiter verfolgen, wie sich die entwickeln. Vielleicht macht wer anders ein Reset oder vielleicht erholen sie sich ja an sich. Wenn das nicht der Fall ist und die weiter so low bleiben, dann werde ich vielleicht nächste Woche mal einen Reset durchführen und mal gucken, ob wir da die Preise wieder anheben können. Das Problem nämlich an der Geschichte ist, ich habe diese Dinger eine Weile auch für 5, 6, 7, 8K pro Stück verkauft. Die verkaufen sich auch dann wahrscheinlich auch in derselben Rate, weil Leute, die so ein Trinket haben wollen, die kaufen sich für 2K als auch für 5, 6K. Da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und das einzige Problem, warum das low ist, es haben angefangen Leute, das extrem low zu baiten. Und da das ein Produkt ist, was man ständig nachbasteln kann, sind immer welche im Auktionshaus und das hält einfach diesen Preis niedrig. Wenn mal einer hergehen würde und den kompletten resettet, dann stellen zwar alle wieder schnell unter dir ein, günstiger, aber dann halt nicht bei 1,5K ein Silber günstiger, sondern bei 6K ein Silber günstiger. Deswegen ist so ein Reset eigentlich für den ganzen Markt gut. Man hat halt als der, der resettet, die Schwierigkeit, dass man halt auf einmal sehr viel Gold ausgibt und viele Waren hat. Und wenn natürlich dann ein paar Dioten sind, die den Preis schnell wieder runterdrücken, dann kann es sehr schnell passieren, dass du in die Verlustzone kommst. Wobei jetzt hier auf Blackmoor die Dinger so günstig sind, dass ich nicht denke, dass man damit auf lange Sicht Verlust machen wird. Denke ich. Das kann natürlich auch immer in die Hose gehen. Deswegen mit sowas muss man vorsichtig sein. So, hier. Jetzt haben wir noch einen Schar. Und zwar ist das mein Schmiede-Lederradschar. Auch mit dem habe ich ein bisschen Gold gemacht. Wir sind bei 87K. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber auf jeden Fall eine nette Summe für so ein paar Leder- und Schmiede-Items. Da habe ich natürlich auch noch mal einiges im Auktionshaus. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das alles raus und dann checken wir schon mal, wie viel Gold ich gemacht habe. Wir haben jetzt nicht auf Lothar, Ereda, Ähm, Lothar, Ereda, Equin mache ich auch noch was, aber da sind nicht die großen Mengen. Da verkaufe ich eigentlich nur so Crab-Zeug. Also sprich, da werden wir nicht tatsächlich so viel rausziehen. Deswegen, wir können mal gucken, auf Lothar habe ich ja 630K mit dem 2. Account. Ein bisschen was auf Killchaden habe ich hier noch. Hier, Equin, habe ich 180K. Ist jetzt auch nicht so berauschend. Also da sind nicht die großen Mengen. Hier, Equin, äh, auf Ereda habe ich noch 50K oder so. Blackmore ist jetzt das, wo wir gerade angeguckt haben. Mit 857K ist das schon ganz nett. Insgesamt haben wir 4,3 Millionen jetzt. Das können wir einmal in das Sheet eintragen. Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich ziemlich viel investiert. Und, warte mal, ich trage das jetzt hier auf dem anderen ein, dass ich da nichts falsch gucke. Ich habe die Woche tatsächlich ziemlich viel investiert. Und, was ich auch gemacht habe, ich habe diese Woche mir einige teure Items und Rezepte gekauft. Ich habe so ein bisschen angefangen, Transmog zu farmen. Unter anderem, ich glaube, ich habe mir einen Transmog-Teil für 85K gekauft. Und dann ein paar Rezepte für mehrere 10.000 Gold. Also ich habe schon, äh, einige, das sind keine Investitionen. Das war eigentlich bloß, um Sets zu kompletisieren. Aber dennoch haben wir über eine Million Gold gemacht. Jetzt sind wir bei 1,2 Millionen, haben wir quasi gebastelt. Das ist doch ein ganz okay. Das ist jetzt der niedrigste Stand, den ich bis jetzt hatte. Wenn ich, glaube ich, die Sachen, die ich eingekauft habe, äh, dazu rechne oder wegziehe davon, dann, ähm, sind wir, glaube ich, über den 1,38, die wir vor zwei Wochen hatten. Aber sei es drum. Ich habe ein paar Transmogs mehr. Das ist auch nicht so schlecht. Gut. Dennoch über eine Million Plus gemacht. Dann sind wir jetzt bei 22.200.000. Und ja, das gibt mir die Motivation, nächste Woche ein bisschen mehr zu, äh, zu machen, um das auf jeden Fall zu toppen, dass wir da nicht noch weiter runtergehen, weil die Millionen will ich auf jeden Fall jede Woche halten. Ja, das war es soweit, das Video. Schreibt mir die gerne in die Kommentare, was ihr so die letzten Wochen an Gold gebastelt habt, beziehungsweise wo ihr dran seid. Und, ja, meint ihr, soll ich den, äh, Reset hier auf Blackmore machen? Oder vielleicht sogar, ich bin auch überlegen, ob ich für Flotha vielleicht auch eine Reset mache? Ich muss mal gucken. Das kann halt immer in die, in die Hose gehen. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was ihr da so Erfahrungen mit gemacht habt. Habt ihr schon mal richtig verkackt mit so Resets? Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.